Daubis, willst du dir das andere Netzvorkommen holen? Das andere? Ja. Gut. Und ich muss gleich mal wieder zu einem Händler und Schrott verkaufen. Ist einer um die Ecke. Okay. Leder mit zwei Willenskraft brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich kann es verbrauchen. Ich habe da eins mit zwei Ausdauer. Ich kann kein Leder brauchen von dem her. Du kannst es entzaubern. Das ist besser als meine Brust, the fuck. Ich könnte es entzaubern, aber wenn es wer braucht von euch, dann... Was ist denn das für ein Lederteil? Was ist denn das für ein Lederteil? Äh, ich habe eine für Stufe 4. Was ist das denn für ein Lederteil? Prost. Ja, wie viel Rüstung hat Sie Crow? Ähm... Die hat 46 gebracht. 46? Ich habe ja eine mit 63, wüsste. Oh ja, klar. Oh. Wieso freue ich mich da eigentlich so wie den Knauer? Keine Ahnung, ich bin da... Ich habe doch gerade irgendwas mit Leder und Willenskraft gesagt. Ignoriert ihr mich immer? Ich habe dir zugehört, ich habe dir auch geantwortet. Du hast nicht genug Inventarplatz. Warte, warte, ich schmeiß was weg. Okay. So. Juhu. Mit 3 Int und 2 Willenskraft, man. Bitches. Ich bin schakalaka. Christi freut sich. Werden wir alle was mit der Willenskraft? 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 Willenskraft braucht hier eh noch jeder. Aber nicht Leder. Leder ist definitiv nur du. Hm. Ich habe einen Skill der Verhütten heißt. Der heißt Verhütten. Aber egal. Verhütten. Wir sind sehr stolz auf dich. Ich denke wenigstens an die Verhütung. Ich will jetzt keine diese Brandlederweste haben, oder was? Die hier drin liegt. Doch. Nur derjenige ist anfangs wieder verstummt. Wenn mir angeblich keiner zuhört. Ja, egal. Ich will wohl die haben. Dann soll der sich auch raus irgendwie, weil gerade eben kommt mir da drum würfeln und... Ach. Ich bin bei mir immer noch drin. Ich kann nicht aufklicken. Ich kann sie nicht aufnehmen. Gar nichts. Dann warte mal... Handeln. Ich werde zumindest mal gucken, wo die hier ist. Äh, zu den Ventarplätze. Ach. So, zwei Mörlockflossen brauche ich hier noch. Ich auch. Ich brauche noch drei. Weil da hinten sind auch die Wölfe, die wir brauchen. Schon abgesehen. Ja, die Wölfe, die sind hier überall. Was für Wölfe. Ja. Und die Wölfe, von denen ich schon eingefürdet habe. Achso. Die Streuner. Der einzige, den ich jetzt noch keinen 5er, 6 Cent gegeben habe, ist... Die droppt jetzt glaube ich auch schon zum dritten Mal, oder? Die... Ja, die... Ja, die... Ich habe sie schon im Inventar für... Sobald ich schneide 340 habe, kann ich die herstellen. Und? Wie viele Flossen habt ihr schon? Sechs. Sechs. Sechs von acht so rum. Vier von acht. Okay. Wolltest du gerade acht von sechs sagen? Ja, ich hatte irgendwie gerade einen Zahlendreher. Ich weiß nicht, wie das jetzt kommt. Aber ich glaube, ich habe irgendwie bei der Questanzeige die hintere Zahl irgendwie zuerst gelesen und... den... Ja gut, jetzt werde ich E7. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Ich halte Agro. Jetzt nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Flapschlag später. Ich habe halt noch nichts zum Agro alle. So, ich halte Agro. Ich halte Agro. Wie toll. Putz. Ich habe die Agro wieder. Ich habe die Agro wieder. So, jetzt müssen wir in den Nahkampf. Los. Ich stecke über den Kopfknüppel. Putz. Ist ja dein Mana ausgegangen. In den Nahkampfmage hast du es nicht gewusst. Das ist eine neue Skillung. So, noch zwei Flossen. Mini-Mage, ich brauche auch noch zwei. Ja, ich bin jetzt gerade... Du hast schon Waffa, oder? Waffa wahrscheinlich. Ja, ja. Uh, geht's halt. Du dann gleich mal. Moment. Ich brauche erst Mana, um Mana Wasser zu machen. Ja, ich nehme so lange wie möglich in der Tasche ab. Nö. Ich habe ganz vergessen. Ich bin jetzt auch unseren Heilandgeber fordern mit Adaloch. Ähm, Kettengürtel, 50 Rüstung, irgendjemand? Äh, gerne. Ich habe noch diesen scheiß Anfangsküttel. Du musst. Und ich habe schon wieder keinen Platz im Endeffekt. Ja, ja. Aber ich habe jede Menge Scheiße dabei, die ich nicht brauche. Ich hätte gern jetzt das Mammut mit was. Oh ja. Das wäre schön. Das Mammut. Das Mammut. Danke. Bitte, bitte. Und Wasser, damit wir nachholen kommen. Oh ja. Erkläre mir, wie er brennen kann, wenn er gerade schon im Wasser war. Magie. Die Magier waren am Anfang auch ziemlich erstaunt, als sie festgestellt haben, dass der Zauberflammenstoß auch unter Wasser funktioniert. Nö. Steht sogar auf der Hearthstone-Karte drauf. Wir könnten jetzt ganz viele Probleme kriegen. Das müssen wir zeigen. Ja. Irgendwie schon. Ach ja, der Krieger ist ein armes Schwein. What the fuck. Alter. Ich bin wieder oben. Verlocktati. Das war etwas zu viel, oder? Ich brauche mehr Mala. Oh Gott. Oh, ich habe Fisch bekommen. Nein. Hm. Wir sollten hier abhauen. Ja. Das wäre... Wäre eine gute Idee. Ich schieb den. Ach, ich habe keinen Mala. Lauf! Flieht, ihr Narren. Könnte ich mal kurz meinen Krieger umbenennen. Was? Was? Putz! Oh, schau mal auf den Scharf. Wie süß! So, wie ich momentan sterbe, könnte ich auch Kenny sein. Scheiße, ich habe ja einen Heiltrank. Da war ja was. Was? Ja, also ganze fünf Stück, ne? Ich habe sieben. Oh, scheiße, lol. Geil. Ich wollte vergessen, dass ich ja Heiltränke habe. Ein Schild mit Int. Das ist was für... Alter. Naja, Int bringt zu gar nem Krieger in Classic noch ein bisschen was. Boah, jetzt fange ich wieder damit an. Aber ja, ihn bringt's mehr. Hehehe. So, ich zuge, was für ein Schild gehört. Ich meine, immer noch Krieger und Int sind zwei Dinge, die nicht so lange gehören. Wenn man das mal mit Doscher vergleift. Willst du damit sagen, dass Krieger nicht schlau sein können? Ja, genau das hab ich gesagt. Krieger sind einfach bloß Hautaus. Na, wo ist denn der Schild? Du hast ihn gewonnen, also wenn er nicht in dem Krieg drin ist, ist es... Du hast ihn zu suchen. Muss ich die Leiche suchen. Ich war ja hier irgendwo in der Nähe. Ich war ja nur. Dinadon gewinnt... Okay. Ah, da ist er Schild. Ich hab ihn in der dritten Tasche. Er hat drei Taschen, ich hab doch überhaupt keine gekriegt. Eine zusätzlicher. Ich hab auch drei Taschen. Ah, ich bin ja noch ein bisschen lowlife. Hm, erstmal einen Trank trinken. Hi. Oh. Das sieht doch nach Tank aus. Das sieht nach allem aus. Ja, aber... Das Ding kann eigentlich jeder brauchen, aber ich würde es unseren Tank lassen hier. Okay. Oh fuck, jetzt bin ich abgedarf gegangen. Okay, kack. Okay. Ich bin abgerötzt. Mein Maus packt gerade ein bisschen. Warte mal. Ich hab doch, glaub ich, wieder keinen Taschen im Inventar. Erstmal wieder Sachen wegwerfen. Wie viel Murloc-Flassen braucht ihr noch, weil ich bin jetzt fertig? Oh, noch zwei. Da hießt mir in den Pult eine gewesen, die hätte ich looten. Eine. Also brauchst du noch eine, weil wir ins Tank kommen. Also ich hab... Aber auch... Ich brauch noch eine. Oh, zwei. Erstmal das Durchbaffen hier ist doch... Zerstört, Mann. Noch eine Flosse. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich mit Level 10 überhaupt skill. Feuer, Frost oder Arcan. Hat Feuer in Klassik immer noch so viel Gruppenschaden gemacht? Ähm... AE-Schaden hast du mit allen irgendwie machen können, außer mit Arcan. Alle fertig? Nein. Wer nicht? Ich. Oh, die spawnen wieder. Hey, die spawnen schneller als Ente. Okay. Ich bin fertig. Ja. Sonst sechsmal nachreden wir dann wieder an Garo. So. Okay, dann machen wir kurz einen Zwischenstopp beim Holzfällerlage, weil da können wir verkaufen. Ach Gott sei Dank. Endlich. Wollte grad sagen, lass uns halt die Wolfe und die Bären machen und dann... Naja, die können wir unterwegs mitnehmen, was wir kriegen können. Was hast du schon wieder geschiebt? Ich hab gar nichts geschiebt, Mann. Es war ein ganz normales Schaf. Das ist ein Merz. Wirkst du mich gerade an? Nein. Ich hab wirklich ein scharfer Schawaii Level 1. Du darfst ein Kraut. Du musst ihn finden. Ich möchte diesmal nicht von einem Krieger verfolgt werden. Was? Der irgendwie rennt Kraut hinter mir her. Zu jedem Erz. Was? Nein. Das ist einmal passiert. So. Einmal? Mehr als einmal. Ja. Nein. Einmal. Ich bin ja einmal hinterhergerannt zu einem Erz. Nicht zu einem Erz, zum Kraut. Du bist nicht. Zweimal. Nein. Doch. Wenn jemand verk... Wer übrigens verkaufen will, hier ist der NPC dafür. Du wirst nicht. Ich hab glaub ich nichts, was ich verkaufen kann. Ich hab viel zu viel. Ne, aber alles was ich in der Welt hab, brauch ich, weil es eine sind... Na gut, den Schimmelkäse kann ich verkaufen. Ich kann selber essen herzahlen. Ich kann selber essen herzahlen. Nein. Aber ansonsten alles was ich in der Welt hab, brauch ich, weil... Ich bloß eine kleine Tasche hab. Messy. Nix Messy. Warte, du hast ja keine kleine Tasche. Ich hab Stoff, Fäden, Stoff, ne Robe, die ich mit Level 10 anlegen kann, die übelst geil ist. Und ne Rezept und Tränke. Und was? Du hast noch keine Tasche. Nein. Mal gucken, wenn ich einen leer bekomme... Halt, kann ich die dir überhaupt geben? Wenn du die... Du musst eine leer bekommen, die ins Inventar dann packen und dann kannst du sie handeln. Gut. Haben wir... Was machen wir jetzt? Was machen wir als nächstes? Bären und Wölfe-Typen. Zerstört! Da unten beim Holzfällerlager gäbs auch noch ne Quest, wo wir das Holz aufsammeln müssen. Oh, das wird wieder länger dauern. Na, da können wir uns wieder drum schlagen. Ja. Super! Ich brauch nur einen Bären, dann haben wir die auch schon. Das ist ja auch noch ein Bär, dann haben wir die auch schon. Da ist noch ein Bär, dennoch mal bei. Bär! Hey Bär, hau sah! Bär erschlagen, mann, mit einem Stecken. Sogar der Reitlehrer dann, super. Zumindest mit kein Ida und ich uns den sparen. So, grün oder blau? Was? Wer ist denn grün oder blaue Tasche? Ach, das ist mir relativ egal. Tasche ist Tasche. Äh, Akara, wo bist du? Ich hab die Quest mit dem Holz an. So. Hm, da hinten ist noch ne Quest. Ach ja, das ist die mit den Leinen. Wandeln. Tasche. Jetzt hab ich nur noch zwei Taschen. Also zwei extra Taschen. Das Holz liegt überall rum oder ist das auch bei den Murlocs? Das ist überall wo du Bäume findest, liegt das Zeug mit rum. Wir sind in einem verkackten Wald. Ja. Kommt alle mal zu dem Händler zusammen, dann teile ich euch die Quest. Welche Quest? Ich hab's geschont, ich kriege Kräuter damit. Ich hab mir die Holzwelle Quest auch geholt. Aber ich geb mal kurz die Quest bei der Waffe ab, weil das ist wieder ein in deinem Papp, das wir haben. Ja. Duuuu. Hm. Dann schick ich das Schaff den Wolf nimmer nach. Ja. Verkloppt grad nen Bär mit nem Schmiedehammer. Was, nen Bär mit nem Schmiedehammer? Hier nur die Geschichte von den Bären mit der goldenen AK. Da muss ich die Geschichte vom Bären und dem Russen. Hier in dem Dachsbär. Hier in dem Dachsbär. Und das ist auch ein Prallehautel hier auf dem Bären. Aber du spust dir in meiner Kopf. Ja. Ich bin König Holtz. auch gerade unmöglich viele leitern rumlaufen wo ist ein herz bei mir kommt zu dir auch das ist noch ein bär was schiebst du da alt ich glaube ich habe ein kleines problem kleines kleines problem oder ist es eher mittelgroß bis extrem groß ich sehe schon großes problem chrissy ist ein kameraden schweine wollte ich helfen das waren drei ich hab ich hab drei bärten Ohr und zwei Wölfe gesehen ich hab nur drei weitere Wölfe immer am Stück davon hast du nichts gesagt ich hab fantasiert der Wunschgedanke war so groß dass der Holz liegt dass ich da dachte dass der Holz liegt aber es liegt kein Holz da chrissy ist schon wie ich warum mir die Quest ganz schon zweimal angezeigt weil die Quest das kann achja classic unverpackt wie früher ich hab auch bisher nur zwei Holz ich hab mehr ich hab vier ich hab ich hab eins U friend ich hab noch ich hab mit ich hab mich 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 ich hab mich